Im Prinzip ist der Klaus hier schuld. Klaus mit seinen Hirschen. Also ich gehe jetzt in den Hochwald. Im Saarland haben wir ja einen Hochwald. Dort ist Fichte Tanne dominierend und zwei größere Stimme. Und da brauchen wir natürlich eine etwas andere Konstruktion. So, jetzt ist das dieses Konstrukt und ich will euch sagen, da ist so viel Platz drin, da kann ich für drei Jahre Akkus reinstellen, denn das ist ein 250er Röhre, glaube ich. Und ja, so sieht das aus. Der Hirsch wartet auf mich.